Ja, ähm, du hast da immer noch was auf dem Kopf. Junge, du hast was auf deinem Kopf und du hast keine Ahnung mehr. Hallo? Hallo? Ähm, das Regal stört dich vielleicht ein bisschen. Ah, Sicherheits-Terminal-Karten-Schlüssel. Oh mein, du kannst dir das Telefon auflegen bevor du stirbst, das ist echt nervig. Ja, ähm, hey Leute, das ist echt ein cooler Sender, aber ich hätte jetzt dann doch ganz schön das Schlüssel fürs Blur. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hallo? Hey, willst du uns? Endlich kann ich kacken. Verdammt! Ah! Oh Mann, so würde ich nicht sterben. Ja! Oh mein Gott! Ne Hand und nen Kopf! Wer scheißt denn bitte ne Hand und nen Kopf? Ne Hand hätte ich ja verstanden, aber ne Kopf auch noch? Hey Kumpel! Hast du hier irgendwas noch nicht? Gibt, gibt, gibt's hier irgendwas, was dich benutzt? Nein? Nein? Schade? Okay. Ah, der Raum schaut wichtig aus. Das war ja einfach. Yeah man, Hicke-Fähigkeiten aktiviert. Na, ich würde die Schnelle machen. Hallo? Oh mein Gott! Hey, hey nein! Ach, du Scheiße. Das ist der fiese Ketzer, lieber. Hallo? Wieso müssen in Horrorfilmen immer die fetten Leute, die angstentflößenden Leute sein? Das ist voll diskriminierend. Es wären fette Leute dazu bestimmt anderen Angst zu machen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich höre ihn immer nur. Wie er lacht. Wie er lebt. Du fährst. Und weiter weiß ich es nicht. Jetzt aber raus hier. Erstmal die Kamera. Ach so. Jetzt müssen wir den Keller und das Ding wieder anmachen. Genau. Erfen zu bleiben. Okay. Okay. Also erstmal die Spiegel anfangen schonmal. Irgendwann die Türen zu machen. Sobald ich was gemacht hab, schnell schauen, dass ich mich irgendwie verstecken kann. Ist hier was zu verstecken? Jawoll, da ist was. Alles gut. Ja und jetzt schnell verstecken. Schnell verstecken. Kommt bestimmt kleiner. Hör auf. Hör auf Mann. Oh oh. Hm, der Schrank. Würde sich gut in meinem Schlafzimmer machen. Ja, Gott sei Dank die Luft ist rein. Ah. 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 Renn. 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 Wir wollen ja dasselbe machen. Komm. 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 Nein. Er sieht mich schon wieder. Eieiei. 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 Wo muss ich hin? Lass ihn ruhig hin was. Lass ihn ruhig hin was. Lass ihn ruhig hin was. Schnell lachen. Eieiei. 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 Oh, Mann. Eieiei. Eieiei. ACH. Hey! Ich bin so am Arsch! Oh, das ist ein Hauptschalt, oder? Bitte! Ja! Komm! Oh je, jetzt muss ich daran erinnern. Bitte verpiss dich, bitte verpiss dich, bitte verpiss dich! Nein, ich bin doch nicht der Doktor! Alter, die Steuerung! Die Steuerung ist so schlanksam! Oh mein Gott! Ich bin doch nicht der Doktor! Ich bin doch nicht der Doktor! Ja! Das ist doch nicht der Doktor! Das ist doch nicht der Doktor! Untertitelung des ZDF, 2020